Okay, ich klicke. Du bist der Führer? Join your party! Oh yeah, das ist Braino. Also los. Oh mein Gott, wir sind in der Unterzahl. Ich glaube wir werden verlieren. Ich spiele mit Jackfrax zusammen, wir gewinnen. Ja okay, alles klar. Go, go. Wer ist Braino auf Youtube? Das ist ein Hedipilot. Der ist voll gut. Der ist voll gut, ja. Und der ist so gut, dass er mir seinen Account zur Verfügung stellt. Na, du hast doch wieder gehackt. Ich hab Braino... Das ist echt, also jetzt du zu langsam auffällig glaube ich. Ja. Ich hab wieder Accounts gehackt. Erstmal Uplay, dann den Origin von Braino. Ja du, ich bin einfach ne. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst Scheiße, hey, alle machen's. Jetzt bin ich auch mal am Start. Ja, genau. So, ich bin auf jeden Fall der windige Rebell als Frau verkleidet. Und... Als Frau? Ich bin ne Frau, ja. Glaub ich. Sieht sehr weiblich aus. Wo bist du denn überhaupt? Ich seh dich gar nicht. Ähm, ich komm mal bei dir raus. Pass auf, ich bin hinter dir. Hallo. Ja, du bist eine Frau, Tatsache. Ja, wir sind unterwegs im Block Assault Modus. Grad leckt's irgendwie die Arsch. Mash ist auch dabei und er ist auch ne Frau. Mein Gott, was ist das hier? Ja, Frauenpower. Da vorne ist der Erste, der versucht da hochzuklettern. Ich dachte da vorne ist grad C3PO. Der war so golden, ey. Ohne Scheiß. C3PO als Battle Pickup. Wow. Den kenn ich selbst sogar. Das ist Hammer. Du, ich hab grad... Ich würd's ja für mich behalten, aber ich hab vergessen Karten auszuwählen. Das heißt, ich bin grad total schäbig. Ich werd gleich dein Partner's Setup nehmen, weil du hast ja das Jetpack mit drin, ne? Ja, genau. Das werd ich gleich mit rein machen. Weil das ist das Coole. Man kann ja, wenn der Partner so richtig OP schon ist, wie Mash, der das Spiel halt schon seit einem Jahr spielt. Was? Dann hat man... Dann hat man die Möglichkeit, das Setup von seinem Partner zu spielen. Was die Karten so angeht. Das heißt, ich hab dann alles, was Mash auch hat und das ist eigentlich ganz geil. Weil wenn ich halt so ein Low Bob bin und das nie freisch hat. Ja, Stealthy ist ja auch, ne? Wenn du Sprinterst, bist du auf der Karte sichtbar. Das ist voll dämlich. Ja, ich auch. Das ist mir zu langsam, aber... Oh mein Gott! Epische Musik! Feuer! Oh, ich hab ihn! 100 Punkte! Enemy defeated! Nice! Cool. Okay, hier ist irgendwas. Ich hab ne Blaster Cannon. Oh shit! Achtung! Oh, ich bin tot. Fred hat mich erschossen. Krass nicht, von wo? Fred hat mich erschossen. Partnerstart. Fred versteckt sich. Achtung, da kommt ein X-Wing. Ich schieß mal auf den. Oh, ich bin schon wieder tot. Fred hat mich wieder erschossen. Fred geht uns ganz schön auf die Mütze, ey. Ich guck mal. War geil auch, ne? So, Fred ist hier reingelaufen. Ja? Ja, wenn ich das Fred einen Hinterhalt plant. Ja. Mal gucken wir mal, wo Fred ist. Staff Style. Oh, da vorne ist Fred, glaube ich. Da ist noch einer. Das ist ein Freund von Fred. Okay, ich hab den. Das ist geschützt, geil. Noch nicht mal Punkte bekommen. Achtung, da vorne ist einer. Oh, ja. Schieß. Oh, der ist da. Nice. Ich glaub das war Fred, oder? Weiß nicht, kein Kitt ist das bekommen. Gar nix. Ich hab schon wieder vergessen die Karten aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber da vorne ist ein A-Wing. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Warte mal. Can't deploy here. Okay, shit. Am Squad Shield. Immerhin, hä? Can't deploy here. Hier, ich stell das mal hin. Und ich nehm mal den A-Wing mit. Oh, da kommt ein A-T-S-T von rechts. Alles klar. Pass auf, ich mach den fertig. Ja, okay. Ich geh in den A-Wing rein. Mhm. Okay, und ich versuch den wegzumachen. Ich geh mal raus und guck, wie ich schaff's noch. Air Support. Wo ist er? 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 Eingang, glaub ich. Ne, ist er drin? Oh, was? Ja, ich hab ihn, glaub ich, getroffen. Ein bisschen. What? Shit. Der steht vor dem Eingang tatsächlich. Ja, ich hab ihn grad noch gesehen. Ich komm mal. Nochmal. Ich kann gar nicht bei dir spawnen. Ja, weil ich in dem Fahrzeug bin. Ach so. Ich geb grad Saures, aber mein Laser hat versagt. Ich muss noch mal ne Runde drehen. Ich hab alles rausgehauen. Wir sind irre. Enemy Targeting. Ich hab ein Schild rausgehauen. Da ist noch ein AT-AT. Ich zieh hoch. Ich zieh hoch. Wow. Wow. Oh, Enemy hat mich. Enemy hat mich. Kann ich rausspringen? Falsch haben. Oh shit. Hab ich erwähnt, dass ich die Steuerung für die Flugzeuge einstellen wollte? Scheiße. Okay, pass auf. Ich nehm jetzt deine Cards mit. Ich hab vergessen, die Sensibilität für die Fahrzeuge einzustellen. Deswegen bin ich grad... Einmal hab ich's noch geschafft und zweitmal konnte ich nicht mehr rechtzeitig hochziehen. Ich bin in den Boden eingestampft. So, ungespitzt. Da ist noch einer. Ah ne, der ist ein großer. Ups. Das ist aber cool. Das haben sie gut gemacht. Guck mal. Das ist voll geil, oder? Das ist geil. Das erinnert mich an Episode 1, als die ganzen Jaja-Armee-Männer dann gegen die Druiden ankämpfen. Und dann die da auf das Schild schießen. Oh, da kommen Gegner. Ja, ihr habt mich voll zerblastet. Ja. Und das war auch einer vom BVB. Das ist noch peinlicher. Was? BVB? Ja. Vom Fußballverein, weißt du? Verdammt! Verdammt! Ich hab... Ich hab das Chat-Pack benutzt, anstatt die Granate. Du hast dasselbe. Du musst nur auf den Gegner richten, dann verbrennt der vielleicht. Ja, weil dein Loadouts hat ja gar keinen Chat-Pack drin. Ja, gar keine Granate. Okay, pass auf. Aber wir haben das. Na ja, die nehmen das wieder ein, ja. Ja, ja. Ich bin grad dran. Achso. Oh, da war so ein... Wow, krass. Irgendeine... Ich verfolg' gerade einen. Ich weiß nicht, wo der hinläuft. Okay, er hat mich gekillt. Wow. Er hat mich sofort gekillt. Bist du tot? Ja. Ja. Weil ich... Ich spawn' bei dir. Pass mal auf, ich nehm' mal mein Setup mit. Ich soll dich informieren, das ist Episode 4. Stimmt, Episode 4. Ja, ja, ja. Stimmt, hast recht. Das ist ja nach den Original-Teilen. Ja. Ich war so geflasht. Ich hab'n Infantry-Torrent. Was glaubst du? Boah, das war auch voll meine Idee. Mhm. Das darfst du mhm. Ja. Oh nein. Achtung, Granate bei dir. Oh mein Gott, die hört man so spät. Die sind immer schon da, wenn es piept. Ich activate it. Boah, ich hab'n kassiert, aber egal. Mach' dir doch mal tot jetzt. Ah shit, da ist noch einer in der Ecke. Boah, der Typ da hinten. Ja, ich hab' ihn. Nice. Der Typ da hinten ist aber ordentlich am... Der hat ordentlich aufgeräumt noch. Muss man ihm lassen, ey. Jaja, richtig. Also, das ist... Ja, übel. Bin auch einfach reingelaufen. Mit dem weg haben. Dieser Eingang da vorne, der erinnert mich an Operation Locker, wenn man von innen nach... Von drinnen nach draußen geht, ey. Gar nix. Ja. Was für den? Der Air Support. Also, die Weibringbomber kommen. Ja, da kommt ne AT-AT. Äh, AT-ST. Ja, schieß auch schon rauf. Also, sofern er wieder kommt. Achtung, die kommen von der Seite. Da, wo wir vorhin durchgeschlichen sind. Die sind schon drinnen. Oh mein Gott, das sind richtig viele. Äh, das ist wohl die nicht. Oh shit. Get out of here! Ja. Da ist einer. Ja. Ja, ich hab' ihn. Da ist noch einer. Da sind ganz viele. Ich hab' noch einen. Ja, da sind richtig viele. Auf meiner Seite ist noch einer. Okay, der ist down. Du machst deine Seite, ne. Dann guck ich mal hier so. Ja. Ich bin hinter dir. Alles cool. Nur weil ich einmal aus diesem Jetpack gedrückt hab, hab' ich keinen Kill bekommen. Einmal Jetpack gedrückt und schon raus aus der Action. Da kommt ein AT-ST hier hinten. Ich hab' leider nichts. Ich bau' mal wieder so Pickups. Ich hab' diesen verkackten Turrent noch. Den muss ich mal wo hinstellen, damit ich was aufnehmen kann. Guck mal, ich hab' so'n Power-Up. Da kann man dann irgendwie mehr Damage gegen Fahrzeuge machen. Ja, 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 ja. Da schießt du so blaue, blaue Dinger. Mach das mal und schieß auf den AT-AT. Das zieht ordentlich was rein. Okay. Ich hab' keinen bisschen auf dem AT-ST gemacht. Schnell! Ja! Oh, ich hab' ihn defended. Ja. Keine Ahnung wie. Ich glaub' meine Kanone, die ich hierhin gestellt hab, hat das geregelt. Wie hat das geregelt? Das war eigentlich ne Anti-Infanterie-Kanone, aber ist okay. Ja. Ist okay. Können wir hier? Wow, da hinten ist einer. Wow, ich hab' ihm den Header gegeben. Nice. Nice. Wuh. Fahrzeug. Oh, lol. Mich kriegt der natürlich gleich hinter dir laufe, ne? Oh shit. Oh man. Was laufe ich denn hinter dir? Anfänger, Peter. Okay, shit. Er hat mir auch einen gegeben. Ups. Die sind ja eigentlich am Start. Wow. Okay. Ich bin wieder da. Oh, das geht ja richtig schnell mit dem Spawn. Okay, ich hab' ihn eigentlich getroffen, aber dann doch nicht. Achtung Redaten. Was? Noll? Walker, Targeted by Art. Ja? 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 Der BVB kommt. Der BVB hat nicht mehr viel. Aber wir haben noch mehr als BVB. Ja, ich helf dir. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jaaa. Man sieht teilweise... Man sieht teilweise hinten nicht mehr die Lebensanzeige von den hinteren Leuten. Und das irritiert dann so ein bisschen. Ich dachte auch, die haben schon Low. Weil der eine hatte Low. Aber die waren eigentlich ganz schön gut am Start. Oh ja, ich hol' mir mal so'n Pickup. Mal schauen. Vielleicht hab' ich Glück. Ach nee, jetzt hol' ich den anderen schon. Ich muss mal so'n Geschütz wieder ausprobieren. Wow. 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 Hat das Damage? Nö, ne? Ah, das macht kein Damage. Lass mich ins Schild! Fuck. Ich hab's nicht geschafft. Kurz vorm Schild gestorben. No. Spawn bei dir. Vorsicht. Da ist einer. Nice. Weil ich sperr mir ne Granate vor. Da ist immer noch. Ach, das ist von dem das Geschütz. Oh, das sind noch mehr. Oh Gott, oh. Oh shit. Fuck am Leben. Nice. Granate noch raus. Oh, warte mal. Die haben den Ablenk deaktiviert. Ich hol' mir mal den Snowspeeder. Nein. Der Gate ist ja geil. Und ich mach' wieder. Ich hab' die Steuerung immer noch nicht eingesteuert. Egal. Wir Snowspeed'n mal. Ich hab' drei Gegner in der Luft. Das ist halt natürlich nicht so effektiv. Ohhhh. Und ich mach' wieder. In position. Und ready to go. Toll, dass ich hier so fest hänge. Yo, Mashed. Ich flieg' hier. Wow. Hi. Hallo. Haha. Oh shit. Oh. Was denn hier los? Ist das langsam ey. Okay. Keine Ahnung, was ich grad gemacht hab. Kann ich irgendwie aussteigen? Ich nehm' wieder den kleinen Plaster, der wird besser gefallen. Yo, das war nicht so effektiv. Ja, was hast du denn noch? Scheiße. Oh wei. Keine Ahnung, ich bin voll langsam durch die Gegend geflogen und wurde weggeschossen. Oh. War auf jeden Fall sehr effektiv, was ich gemacht hab. Deil. Ich glaub' jetzt, oh mein Gott, weißt du? Fünf Sekunden oder so später, jetzt hätt' ich halt da mit dem, mit dem Snowspeeder eventuell was aufräumen können. Ja. Wow. Jetzt. Ja. Und meine Waffe macht auf jeden Fall gar keinen Schaden. Nee, macht absolut keinen Schaden. Ich hab auch so ne blöde SMG jetzt genommen natürlich. Ah. Ich hab' überhaupt die Nase gesehen. Wow. Da kommen, die kommen jetzt in den Graben. Pass auf. Ja. Okay, ich komm' bitte bei dir. Ja. Oh, ich bin top 80. Oh. No Scope. Hast du den? Ja, ich hab' den einen da. Versuch' mich grad so'n bisschen da hin. Da ist noch mal. Ah shit, da vorne ist noch mal Snowspeeder, aber das Schild ist wieder da, ne? Da hätten sie ganz viele, pass auf. Oh Mann. Achtung von hinten. Ah fuck. Von hinten kommen die auch. Ja. Ah, defeated. Schade. Ja. Aber die Rebellen haben's auch echt schwer. Also das ist auch echt schwer. Wenn du da nicht eingespielt bist, dann hast du keine Chance. GG. Aber guck mal, wie Bewegung ist im Mittelfeld. Das ist auch ganz in Ordnung. Naja. Naja. Hm. Ich find' das echt schwer. Attacker find' ich besser. Ja. Deswegen. Auf zur nächsten Runde. Attacker. Da gewinnen wir vielleicht auch mal und haben Erfolgserlebnis. Bis dann. Peace. Ach, Mensch ist auch dabei. Ach, Mensch ist auch dabei. Was? Damit es versucht. Bis anfangen bis.